Was ist die Speiseröhre? Oesophagus ist die Speiseröhre, die verbindet den Schlund mit dem Magen. Und die Aufgabe der Speiseröhre ist, die in den Mund zugeführte Speise in den Magen zu transportieren. Das erfolgt in der Regel durch einen Schluckakt, der dann eine Kontraktionswelle im Bereich der Muskulatur der Speise auslöst und so aktiv die Speise in den Magen transportiert wird. Untertitelung des ZDF, 2020